so da der bastelzeit und ich habe da ein problem mit netzwerk ja heute da gibt es ja viele sachen also zum beispiel hier werden access points telefone kameras die wollen alle irgendwie ins netzwerk und strom haben und immer dann wenn so ein gerät mehr oder weniger stationär ist und strom braucht und netzwerk dann setzt sich immer mehr power over ethernet sprich poe durch poe ist eine technik wo man sich einen trick zunutze macht mit den aktuellen netzwerken wenn wir uns mal hier zum beispiel einen switch angucken der für so netzwerk da ist dann haben wir hier unsere anschlüsse die ports dahinter haben wir eigentlich immer diese schwarzen kästen diese schwarzen kästen hier das sind die sogenannten übertrager oder magnetics und im prinzip ist das nichts anderes als ein trafo trafo wisst ihr wahrscheinlich hat auf beiden seiten eine spule dann kann man da drum übertragen das können wir auch hier einfach mal testen hier mal unser multimeter holen und jetzt gehen wir hierhin haben hier ja unsere übertrager auf die eine seite von dem trafo gehen im prinzip kurzschluss auf der anderen seite vom trafo im prinzip kurzschluss oder eine spule halt die ich hier mit nicht sinnvoll messen kann aber dazwischen da ist nichts zu messen das heißt es gibt also keine direkte elektrische verbindung zwischen eingang und ausgang also zwischen wuchs und elektronik sondern nur über diesen eben übertrager oder trafo das findet man auf allen netzwerk geräten die mit so standard 45 ports ausgestattet sind mach mal stern dran ja teilweise findet man auch sowas hier wo jetzt kein übertrager drin ist aber die magnetics sitzen hier bei denen dann in der netzwerk wuchse mit drin das ist einfach nur integriert im prinzip haben aber das hier immer was heißt das für uns naja wenn wir hier ein signal drauf geben datensignal dann geht das über den trafo in unserem switching chip aber trafos übertragen nur wechselnde signale keine gleichen das heißt also wenn wir hier ein dc auf der eingangsseite haben dann kommt das nicht hier drüber und stört hinten auch gar nicht das ist im prinzip das was bei poe gemacht wird gibt auf das netzwerkkabel zusätzlichen dc anteil den filtert man oder holt ihn am schluss wieder im endgerät raus und baut sich daraus seine stromversorgung das problem ist naja im prinzip ist das alles standardisiert im prinzip ja ich wollte noch ein paar sachen aufhängen wie zb so access points ich habe allerdings bei mir hier keine switche die poe macht man da neue gebäude baut dann hat man meistens einen zentralen switch der dann diese spannung da auch auf die netzwerkkabel geben kann allerdings ist das problem dass so ein poe switch in vielen fällen doch deutlich mehr strom auch im ruhe zustand benötigt als ein switch der kein poe hat das ist okay wenn man eine größere installation hat wo dann irgendwie jede menge von diesen access points telefon kameras was auch immer dran sind bei mir ist das insofern ein problem als dass ich keine zentralen switche habe denn als sie das gebäude gebaut wurde dann hat man zum einen nie gedacht dass man irgendwie so viel zeugs an digital kommunizierenden graffel im gebäude verteilt aber selbst wenn man daran gedacht hat naja früher waren die meisten datenkommunikationen als bus ausgelegt das heißt es ging von gerät zu gerät immer weiter heute haben wir einen stern das heißt wir haben eine zentrale stelle und wenn wir an einer anderen stelle drei gerät hinstellen wollen wäre es gut drei kabel zu ziehen das ist bei mir nicht möglich das heißt ich habe da so ein bisschen hybrid ich habe dann einen baum das heißt ich habe meinen switch von da aus geht es auf andere switche von da aus geht es auf andere switche und am schluss dann irgendwo sind die endgeräte bisher löse ich das relativ einfach mit den sogenannten poe injektoren das ist sowas hier dann auf der einen seite stromanschluss auf der anderen seite haben wir einmal wo das netzwerk reinkommt und einmal wo netzwerk wieder raus kommt aber mit strom das klemmt man dann entsprechend hier mit an und schon hat man da sein gerät mit strom versorgt fort das geht und ja das stellt mich jetzt vor direkt zwei herausforderungen nummer eins wenn ich da jetzt sagen wir mal drei geräte habe bräuchte ich auch drei von denen hier drei steckdosen das ist irgendwie unschön und nummer zwei ich brauche die dinger ja eigentlich dachte ich das überhaupt kein problem weil ich habe da noch irgendwie sachen rumliegen aber sag ich es gibt ein standard ja die hatte ich rumliegen fällt euch etwas auf das hier ist 48 volt das hier ist 24 volt 24 volt gibt es eigentlich gar nicht das ist glaube ich nie wirklich ein standard geworden dummerweise nutzen es einige hersteller tatsächlich wohl immer noch der große unterschied ist halt das hier 24 volt oder gibt es auch zum beispiel mit 12 volt das nennt sich passive poe da wird einfach auf entsprechend diese netzwerkleitung der strom mit drauf gegeben passt schon das endgerät kann sich dann ja darum kümmern den da raus zu holen die 48 volt modelle die arbeiten nach dem offiziellen standard oder einen der offiziellen standards da gibt es verschiedene je nachdem wie viel strom man am ende rausholen will im prinzip bauen die aber alle aufeinander auf und haben eins gemeinsam nämlich das gerät bekommt nur so ein bisschen strom sage ich mal und muss auch bescheid sagen hallo ich will strom haben und es wird ausgehandelt wie viel strom und so weiter also deutlich komplexer aber halt auch wesentlich robuster weil zum beispiel wenn man jetzt ein switch hat mit 24 anschlüssen und man weiß jetzt okay hier da da habe ich nur irgendwie ein telefon was drei watt braucht kann man halt dem anderen port im zweifelsfall ein paar watt mehr geben ohne dass das netzteil dann auch direkt größer werden muss ja gut mein problem ist jetzt die 24 volt kann ich nicht brauchen weil meine endgeräte die wollen gerne richtiges poe haben das heißt die hier sind von denen habe ich aber nicht so viele ich war also jetzt auf der suche nach ich möchte irgendwas was strom mit poe macht da habt dann ein paar sachen gefunden die sind irgendwie alle so zwischen 15 20 euro würde ich sagen dann hat man wie hier eingang und ausgang kein gerät versorgen habe dann aber noch was gefunden und das klingt so als ob mir das helfen könnte und es war nicht wirklich teurer also gucken wir uns mal an was sind solche sachen das sind nämlich ein switch mit poe der per poe versorgt wird ok klingt auf jeden fall interessant am ende natürlich mal gucken wie viel strom das ding zieht das ding hier jetzt mal als beispiel von der firma tender gibt bestimmt ein paar mehr die das machen gucken wir mal was man so kriegt und oft am schluss dann tatsächlich klappt im prinzip könnte ich dann nämlich ja hingehen könnte einen von diesen injektoren holen damit versorge ich den switch ebenfalls sogar zentral irgendwie von zentralen poe switch ginge eventuell auch und der hier splittet das dann auf zum beispiel auf access point kamera telefon was auch immer da noch so alles rum liegt klingt nach dem plan gucken wir mal was wir bekommen und was man damit anfangen können quick installation guide ist eine anleitung ist eine anleitung und ein switch mehr ist nicht in der packung und das ist das was ich eben meinte der wird auch per poe versorgt die dinger gibt es in zwei sagen wir mal in zwei varianten man hat einmal die variante die per poe auch ihren strom bekommt und einmal die variante die extern ihren strom bekommt mit dem netzteil externes netzteil hat natürlich den vorteil man kann an der stelle wo man den switch aufbaut direkt das ding in die steckdose stecken hat dann hier entsprechend auch seine ausgänge mehr strom gegebenenfalls weil poe hat ein definiertes leistungslimit und wenn das erreicht ist heißt natürlich die ports müssen dass sich am schluss ja aufteilen und das ist bei netzteil halt gegebenenfalls nicht der fall ja wie wir auch gerade eventuell schon entdeckt haben das ding hier hat entgegen meiner vermutung nicht mal eine externe buchse ich hätte jetzt erwartet das ist dasselbe gerät sie haben nur die buchse das netzteil weggelassen aber die buchse ist drin aber okay poe input 50 bis 57 volt bei 0,6 milliampere wenn wir mal kurz hier gucken die haben 48 volt wie war das mit der standardisierung es müsste dasselbe sein ich hoffe es zumindest mal ansonsten steht nicht viel drauf von vorne drauf gucken es ist ein fünf port switch mit gigabit das heißt also 1000 mbit okay und wir haben hier ein port der ist poe in und vier ports die sind poe out das heißt also über den hier ist unser uplink wo drüber wir das ding auch mit strom versorgen und die anderen da können wir unsere geräte anklemmen was wir nicht machen können das ist irgendeine form von management also sowas wie faulans oder so das geht hier mit den kisten natürlich nicht ich hoffe dafür ist das ding etwas genügsamer was so den stromverbrauch angeht gut ich würde sagen wir klemmen mal das ding hier an suchen uns ein passendes netzwerk kabel dann gucken wir erstmal ob der switch dann überhaupt angeht hier suchen uns noch ein netzwerk kabel dann können wir mal gucken ob der access point sich zum beispiel von dem ding versorgen lässt und natürlich mal was dazwischen klemmen schauen wie der stromverbrauch aussieht ich gehe mal zeug rollen so dann versuchen wir mal das chaos hier etwas in den griff zu bekommen das auf seite legen also jetzt nicht direkt brauchen und dann würde ich sagen wir klemmen erst einmal nur den hier an mal gucken was der hier schon mal sagt alle messungen im übrigen plus minus ordentliches stück messwerte sind oder meine messgeräte sind nicht wirklich für sowas hier ausgelegt und das zeigen sie auch deutlich 0,0 watt also zumindest mal in der form hier ist der verbrauch in sehr engen grenzen ich sagen wir holen uns mal ein kabel hier klemmen mal ein endgerät an poe kommt hier raus im übrigen der ganze switch hier hat keine schirmung also weiß ich nicht für gigabit könnte das auf längeren strecken schon spaßig werden aber hey noch mal einen hier von den ap's main tut leuchtet recht schwer hier bei dem ganzen licht zu sehen ich sehe jetzt auch am eingang da schwankt er jetzt irgendwie ziemlich rum ich jetzt mal das ding ist noch am booten scheint sich jetzt irgendwie so bei drei dreieinhalb watt zu stabilisieren manchmal runter auf zweieinhalb ich jetzt das ist jetzt je nachdem wasser gerade versucht der ist glaube ich noch nicht adoptet okay also zwischen zweieinhalb und dreieinhalb watt ist das was erwarten theoretisch wenn ich jetzt hier zum beispiel in die 1 stecke dürfte eigentlich nichts passieren weil das ist kein poe es ist kein poe port sagte ich und was sehen wir da hinten leuchtet eine lampe also okay was soll ich jetzt davon halten na gut gehen wir trotzdem mal auf den okay das ist auf jeden fall anders glaube ich das blinken hat man glaube ich gerade nicht oder doch hat er auch dann können wir anscheinend tatsächlich von jedem port poe besorgen wenn wir das ding versorgen wollen aber die hier geben ja nur raus von daher ich gehe davon aus hier wird ein ic drin sein der exakt halt vier ports hat die poe können das ding meldet jetzt hier gerade 0,8 watt das ist tatsächlich nicht ganz so viel wie ich erwartet hätte kann ich mit leben holen wir uns mal einen von den ports und gucken ob der access point dann auch angeht das ist ja das was für mich relevant ist natürlich jetzt alles ohne netzwerk gemessen gleich mal gucken ob ich hier noch ein ablink kabel irgendwo habe ja und die andere seite dann biete in den access point schauen wir mal was da rauskommt steht hier eigentlich was die okay also okay die linken sind link act und die rechten sind power on off das heißt also die rechte lampe müsste angehen die linke jetzt in dem fall hier auch weil wir ja einen link zum daten link zu diesem access point haben hier ist aktuell keine link led weil ich habe ja hier keine zuleitung angeschlossen deswegen sehen wir da nur power okay stecken wir da dinge mal ein ein bisschen licht das ist gut die link led ist jetzt auch an das heißt der hat seine datenverbindung und lassen wir mal ein bisschen booten hatten eben ja so zwischen zweieinhalb und dreieinhalb watt das heißt theoretisch jetzt wahrscheinlich dann dreieinhalb bis viereinhalb davon ausgehen dass der switch etwa ein watt zieht bei etwa vier watt dreieinhalb bis vier watt hat er sich jetzt stabilisiert ich denke das ist okay insbesondere wenn der hier halt mehrere versorgen kann wie viel er versorgen können das kommt natürlich darauf an am schluss wie viel hier das an zuleitung auch liefert kann mal gucken kriegen irgendwie die platte ab das steht hier der hier kann 48 volt halbes ampere also 24 watt gut 24 watt der zieht 5 watt ich glaube dann haben wir kein problem davon auch tatsächlich vier stück zu versorgen 20 watt 24 kann er so viel verlust auf der leitung werden wir nicht haben wir können jetzt noch mal spaßes halber hier ein uplink anklemmen dann müsste hier die link led auch angehen und jetzt haben wir auch link sprache und es ging auch jetzt okay tut sich schwer kann aber sein dass das kabel hier ein weg hat ja mal gucken ob ich noch ein anderes finde never mind hat sich wohl stabilisiert jetzt blinkt auch der hier blinkt das heißt jetzt gehen hier auch daten hin und her das heißt wenn jetzt hier auch daten drüber gehen was sagt der verbrauch überschrauber 4,1 4,2 watt okay preisfrage keiner mehr ich habe dann noch ein paar sachen besorgt mal gucken was wir denn so alles dran klemmen können und ob er die dann am schluss auch alle versorgen kann nur mal gerade hier mein netzwerkkabel entwirren so drei netzwerkkabel noch noch ist nichts dran da sollte auch nichts passieren die anderen seiten und machen mal kram dran was haben wir hier noch wir haben noch einen von den access points weil hey mehr wlan mehr gut oder so ähnlich zack haben wir und ich sagte ja eben schon telefone sind auch gut dafür und glücklicherweise habe ich hier noch zwei stehen die gerade in reparatur sind also die mal dran telefon zack und wir sehen telefon display bootet wunderschön und last but not least haben wir noch ein telefon stehen also auch das dran und einstecken tada auch das bootet das heißt haben jetzt hier tatsächlich vier geräte dran die alle vier strom benötigen entsprechend sieht dann auch der switch hier nach einem schönen weihnachtsbaum aus haben bei allen die grüne led leuchten dass da gerade strom hin und her geht und haben bei allen die orangen leds blinken die sind jetzt natürlich in einem netz dass da daten hin und her gehen jetzt mal ein bisschen abwarten bis das hier alles gestartet ist soll aktuell springt halt der verbrauch wie sonst was so und jetzt hat sich alles mal so ein bisschen stabilisiert 13 watt werden angezeigt wobei die telefone noch ihr display angeschaltet haben also wenn die hintergrundbeleuchtung aus ist sollte das noch mal ein stück runter gehen das denke ich für vier geräte ok nochmal gucken ob wir hier eine ip bekommen haben mal schauen network ip configuration und ja wir sehen hier eine ip adresse 12 168 irgendwas das heißt also auch die netzwerkkommunikation funktioniert können jetzt auch mal spaßes halber hier gerade mal schauen habe ich hier eine testanlage ja hab ich gerade hier so ein telefon dran das sieht doch schon mal ganz gut aus wir haben schon mal datum und uhrzeit und eine info wie ich heiße müsste aber auch noch ein logo kommen okay telefonier ist ausgefallen das müsste aber funktionieren da sind wir doch wunderschön dings ist da das heißt theoretisch müssten wir jetzt sogar anrufe machen können hier das heißt gucken wir mal geben sie die gewünschte rufnummer ein sie sind dabei einen echo test durchzuführen hierbei wird alles was sie sagen sofort als echo zurückgeschickt der zweck dieses tests ist es ihnen ein bild von der latenz zwischen ihnen und dem asterisk server zu vermitteln um den test abzubrechen legen sie auf oder drücken sie die raute taste test 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 wunderschön der echo test ist beendet bitte geben sie die gewünschte rufnummer ein ja ich würde mal sagen die dinger funktionieren fehlt natürlich eine frage wie haben sie das ganze denn gemacht ich würde sagen hier sind schrauben und hier ist ein garantiesiegel challenge accepted gucken wir mal ins innere und schauen was da so dahinter steckt ich erwarte halt einen standard switch ic die haben meistens fünf ports erwarte irgendwie eventuellen separaten poe controller die habe ich auch glaube ich schon mal als vier port variante gesehen das könnte hier natürlich auch hinkommen natürlich die ports mit übertrager und dann vor den übertragern eine auskopplung für poe viele dioden um das poe entsprechend raus zu koppeln und das dürfte soweit gewesen sein mit glück haben wir tatsächlich auch noch eine netzteil sektion wo wir extern spannung einführen können das halt relevant ist und man keinen poe uplink irgendwo hat ja wie gesagt für mich erst mal nicht ganz so tragisch weil ich möchte das ohnehin mit den injektoren machen und das hier quasi als mehrfachstecker für die injektoren nutzen ok das warranty steel ist definitiv hinüber da hätte ich wohl besser mit heiß luft dran gehen sollen das sah mir nicht nach sicherheitssiegel aus egal wo bist du geh raus haben wir und trommelwirbel tada hier sind wir ja interessant hat also hier den switching ic wie es aussieht hat ok hier einen separaten ic der wahrscheinlich dann den poe kram macht zwei doppelte von den übertragern die jeweils zwei ports machen das heißt die ersten vier ports sind das die poe ports nein noch nicht mal ok also die vier ports hängen jeweils an den doppelten und der hier ist separat geschaltet geht hier rein ich jetzt mal der rest wird auf der unterseite sein die auskopplung hier sehen wir auch das müssten ich wollte gerade sagen das müssten eigentlich gleichrichter sein und sind es auch aber mich wundert es gerade dass es nur zwei sind eigentlich hätten es ja vier bis ach nee moment haha für die hier werden für stromreihen sein ok die sind für stromreihen also für die versorgung des switches deswegen haben wir nur zwei stück dann hier noch ein netzteil sogar mit mehr ecs und drei ecs hinten viele sachen nicht bestückt da können wir anscheinend auch leds einbauen und hier ist tatsächlich wohl das ding wo die externe spannungsversorgung rein kommen könnte allerdings auch viele sachen nicht bestückt also einfach kabel anklemmen und extern versorgen ist hier bei den dingern also nicht also durchaus auch ein bestückungsunterschied mit dabei was die varianten da betrifft das hier wie gesagt die variante poe only und es gibt noch eine die dann per netzteil versorgt wird auf die unterseite ich hätte so viel sehen werden wir nicht das hier wird ein multilayer board wahrscheinlich sein allein schon um die nötige schirmung hinzubekommen unter den gleichrichter brücken sitzten der ableit gummi ok den hätte ich da jetzt nicht erwartet da ist da noch was drunter das sind einfach nur ein paar kondensatoren was wir hier aber auf jeden fall auf der unterseite noch sehen ist jede menge dioden das ist das was ich eben meinte wir haben sicherungen tatsächlich ok immer gut und sogar noch mal ein ic hier ok mal ein paar bilder an schauen wir mal was sie hier verbaut haben so dann schauen wir uns den switch mal an was wir hier an hardware verbaut haben und ja nur so mäßig erfolgreich wir können auf jeden fall schon mal den switch in drei teile zerlegen hier dieser ganze part den wir hier sehen das ist offensichtlich irgendeine art von stromversorgung da wird hier an verschiedenen stellen die eingangsspannung gleichgerichtet wahrscheinlich umgewandelt so dass wir da auch die spannungen für den prozessor und so haben und ja ansonsten geht es hier hinten in diesem part eher um poe da wird also die spannung aufbereitet für die vier ports hermste vier die runden wahrscheinlich die dann entsprechend wieder nach draußen geführt wird der restliche part hier oben das ist das eigentliche switching das heißt wir haben hier unseren großen switch IC der ist angebunden an die vier ports wie gesagt zweier magnetics hier für die ersten vier ports und der letzte hier der hat noch mal eine einzelne magnetics auf der anderen seite wenn wir das mal rumdrehen da ist nicht mehr ganz so viel drauf wir haben hier noch mal sicherungen für die vier ausgänge ich gehe sehr stark davon aus dass die irgendwie auch noch mein software geregelt sind weil das hier sieht mir nicht nach self resetting aus das heißt wenn die durchspringen sind sie kaputt aber 1,5 ampere klingt mir auch ein bisschen viel für so einen ausgang interessant sieht man auch hier das design wir haben hier die große ground plane und aus der ground plane splittet es sich dann in diese vier fahre auf die wir hier haben ich gehe davon aus die machen da auch noch so ein bisschen current measurement um zu gucken dass da der strom nicht so hoch wird ansonsten gesehen unter dem prozessor und unter den gleichrichtern anscheinend ist jeweils noch ein großes wärmeleitpad ein paar dioden und ein ic ich würde sagen mit dem ic fangen wir auch direkt mal an einfach weil der relativ simpel ist wenn wir nämlich mal drauf gucken 74 hc 164 ich würde sagen 74 logik ist jetzt keine große herausforderung wenn wir hier rein gucken das ist ein 8 bit shift register in dem fall hier wenn wir runter gucken seriell kommen die daten rein parallel gehen sie raus das heißt also wir können uns mehr ausgänge schaffen ich könnte mir vorstellen dass man das irgendwie für leds oder so benutzt wo es nicht wirklich auf geschwindigkeit ankommt wenn wir hier gucken hier gehen auch ausgänge irgendwie auf irgendwelche widerstände irgendwie sowas ansonsten auf der rückseite nicht mehr wirklich was zu sehen also gehen wir mal auf die vorderseite und da ist unsere ausbeute leider nicht ganz so gut das hier ist relativ klar das sind vollbrücken gleichrichter die dann die eingangsspannung machen dann haben wir hier und hier jeweils ein icd irgendwelche schaltregler sind hier mit jeweils einer spule im filter elko problem ist da komme ich nicht wirklich weiter hier oben der eine der heißt brcr 39 969 der andere anur 104 konnte ich beide nicht finden prinzipiell sehen wir aber was hier gemacht wird der hier der macht offensichtlich 48 volt hier steht ja ein testpunkt das heißt also der kümmert sich um die spannung die wir am ende für poe brauchen und der andere da haben wir einen testpunkt für 3,3 volt das wird dann die spannung sein die wir hier für den rest vom board benutzen und last but not least hier gerade abgeschnitten am oberen bildrand da sitzt noch ein linear regler schätze ich und auf 1 volt hier bei dem testpunkt es wird noch mal irgendeine zusätzliche core spannung sein um entsprechend da den switch zu befeuern das heißt also die beiden haben wir abgedeckt den haben wir abgedeckt dann bleiben uns noch drei beziehungsweise vier ic's der große der kleine und die beiden hier fangen wir mal mit dem an weil den kann ich wiederum finden das ist ein ic plus ip 804 ar und den können wir tatsächlich online finden hier auf der hersteller webseite ein 4 port pse controller also power sourcing equipment speziell für poe vier ports jo wir haben vier ports nach draußen die poe auch raus geben können interessant dabei wenn wir hier auf die features gucken das ganze ist 203 af requirements kompatibel und at das ist alles super maximal 36 watt pro port aber was für uns interessant ist es gibt hier ein i square c bus wo man die strom statistiken rauslesen kann und auch ein bisschen power management betreiben kann das wird hier anscheinend nicht benutzt das heißt aber wenn wir irgendwie extern an die i square c pins gehen würden dann könnten wir tatsächlich hier das ding so ein bisschen kontrollieren was man auf der hersteller webseite hier leider vergeblich sucht das ist irgendwie mehr informationen oder ein datenblatt aber glücklicherweise schwirrt da im internet was rum wenn ich ein komplettes datenblatt 60 seiten oder knapp 60 seiten mit der kompletten info ok wir brauchen also input hier 44 bis 57 volt die haben wir ja schon durch unseren poe supply ein bild in eprom interface for dump applications also wenn man keinen mikrocontroller hat der das ding konfiguriert kann der sich das auch aus einem speicher ziehen und speaking of komplizierter dann nehmen wir mal den großen ein mediatek mt 75 30 bu mediatek sehr bekannter hersteller aus dem asiatischen raum ja gibt nur ein kleines problem keine daten online findet man zu dem chip leider so ziemlich gar nix ich habe ein datenblatt gefunden von einem switch der den chip benutzt das heißt ich gehe davon aus dass das dann auch für den ic selber gilt da steht eine switching capacity von 10 gigabit das heißt also wir können fünf ports in beide richtungen mit voller leistung befeuern das klingt gut aber die funktionen die klingen auch interessant lacp qos snmp stackable und fauland support hätte ich auch gerne das problem ist dafür bräuchte man dann halt wieder management und der switch hier hat zumindest nach dem was ich sehe leider kein management wir könnten hier ein bisschen rum basteln denn wenn wir mal den linux kernel gucken der linux kernel supportet das ganze das heißt wir haben hier unsere definition für diesen mt 75 30 die wurden auch direkt von mediatek geschrieben das heißt wir können eigentlich davon ausgehen dass das zur hardware auch passt sieben ports hat das ding fünf stück physikalisch ja fünf stück physikalisch kann ich bestätigen denn wir haben fünf sports und die beiden anderen das ist dann management in richtung von einem mikrocontroller oder ähnliches um da die dinge zu machen ja auch mal runter gehen dann sehen wir auch hier zum beispiel kann hier mirror ports setzen das ist wird die bagging interessant und auch andere sachen irgendwo hatte ich hier zum beispiel genau die vlan ids die man hier setzen kann heißt theoretisch kann das ding faulern wir haben nur keine ahnung wie wir könnten es jetzt durch den treiber reversen allerdings wird es wahrscheinlich schwierig dran zu kommen denn der chip scheint mir nicht i square c zu benutzen sondern mdio das ist management data input output es ist ein zwei draht ich interface zu dem ding wo man register setzen und lesen kann das müsste man per bit banging mit glück machen können aber ja habe ich auch so noch nie mitgearbeitet das heißt also auch der bleibt uns ein bisschen schwammig bleiben noch diese beiden hier da und da das sind die gleichen ics das sind die c's die stellen mir tatsächlich gerade noch so ein paar fragen wenn wir mal hier reingucken ft 24c 08a 24c klingelt das sind einfach e-proms ja ein kilobyte an daten und das an zwei stellen und diese zwei stellen sind auffällig nah bei diesen ic ist ne ich würde fast schätzen dass die konfiguration wie das switching der ports funktioniert wie viel strom die kriegen und so weiter in diesen beiden chips hier liegt und wir da tatsächlich die konfiguration im zweifel sehen können aber leider nicht viel mitmachen können denn wie gesagt die hardware selber scheint von dem was ich sehe deutlich mächtiger zu sein als das was man uns hier zur verfügung stellt aber es gibt halt leider keine sinnvolle doku und das ist halt etwas was sehr sehr traurig ist denn ich hätte es auf jeden fall gefeiert wenn man jetzt hier plötzlich so einen sehr günstigen poe switch hätte der tatsächlich dann auch zum beispiel faulans unterschiedlich noch verteilen kann gerade ich hatte ja beispiel gegeben kamera telefon access point das sind dinge die man jetzt wahrscheinlich eher in drei verschiedene netze sortieren würde aber wie gesagt ohne doku eher schwierig schade ja das ding scheint also meine zwecke jetzt erstmals zu erfüllen man muss natürlich im hinterkopf behalten dass dies nicht ideal ein zentraler manage switch ist immer die bessere wahl hier hat man mehrere probleme die man sich dadurch ein handelt oder sachen die einem eventuell auf die füße fallen können nummer eins alle geräte hier die hier dranhängen teilen sich natürlich ein gigabit das heißt wenn hier ein pc oder irgendwas dranhängt oder ein wlan access point und der macht gerade ein gigabit traffic dann haben die anderen so ein bisschen das nachsehen ich kann also nicht zwei gigabit fähige access points dranhängen und erwarten dass die beide die volle bandbreite dann nutzen können da ist dann der uplink der limitierende faktor wie eben schon gesagt auch limitierender faktor ist der strom ich kann hier nicht vier high powered devices dran machen wenn meine zuleitung das nicht mitmacht und was man auch im hinterkopf behalten muss es gibt hier kein management alles ist in einem netz und man kann es auch nicht irgendwie separat steuern das heißt also während ich bei einem zentralen switch hingehen kann und sagen kann okay hier an dem port hängt irgendwie ein telefon was gerade probleme macht machen wir da mal remote den strom aus und dann machen wir den strom wieder an und dann starte das telefon einmal neu ohne dass ich meinen sitzplatz verlassen muss das geht hier nicht das einzige was ich machen kann ist halt die zuleitung einmal aus und wieder einschalten dann sind aber alle geräte betroffen ansonsten die zeit wird zeigen ob das ding wirklich durchhält ich hatte in der vergangenheit ja das schon leider häufiger mal so ein paar switche die irgendwie mittendrin dann vergessen haben wie sie da switchen sollen im sinne von plötzlich war der link nur noch 100 mbit oder war komplett down weil irgendwie mal eine störung da drauf war und das ding schluck auf bekommen hat hoffe das passiert hier mit dem nicht wenn was ist werdet ihr es in den kommentaren unten erfahren dann werde ich noch mal nachtragen ansonsten hoffe ich einfach dass der hier fürs erste jetzt das tut was er soll